hallo meine freunde und herzlich willkommen bei nos und er spielt der hunter primal leute ich rauch heute im video jetzt hier am aufgang weil es mir scheißegal ist so ich hatte ja recht gutes equipment bin ja dann wieder verreckt habe ich dann wieder dorthin gequält krieg schon wieder whatsapp noch ich jedes mal im video bin habe mich dann wieder dahin gequält fünfmal an dem scheiß t-rex vorbei damit ich endlich meine sache wieder krieg und was passiert mir heute ich verrecke und habe einen scheiß bug kann nicht mehr es startet nehme muss mit alt f4 das game schließen ja was passiert dann dann ist mein zeug weg was ich verloren muss müssen wir noch weiterreden aber ich habe gesagt mir ist es scheißegal ich nehme jetzt einfach auf und wir kaufen jetzt hier da haben wir so ein buch dazu kleidung warum keine was geben bei sonderangebote gibt es hier um ich kaufe mal so truhe will wissen was da rauskommt weder ist kein buch und kürtings sind so dann kommen wir sonst bezahlen und weiterspielen trauen jetzt starten euro kiste der ruhig genoss gleiche drin wenn es uns gekauft hat man sind muss dann gleich noch mal karte öffnen schaut mal was 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 weiß wie das sehr gnädig kann man mal wieder überhaupt mit meckern beim aus langsamer stelle soll ja ich muss kurz rost habe ich muss schnell die karte öffnen jetzt habe ich sie ja 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 auf jeden fall muss ich noch mal rost habe so los geht's sondern wir starten hier kleine pakete schon mal sehr schön da haben wir mal wenigstens so ein bisschen glück und dann schauen wir uns mal oben wo wir noch gehen ich weiß nicht immer wo wir jetzt gerade sind ich sei sie schon liegen schon mal sehr nice sehr sehr nice ich bestimmt munition drin für waffe die monaten aber wenigstens ein ding ein großes medifläschchen so jetzt schauen wir mal auf die karte wo wir uns jetzt gerade befinden wir befinden uns muss immer sind da genau hier drüber auf der andere zeit allerdings also wir hin jetzt wenn es kaum erkennen wir sind jetzt ziemlich weit weg vom nächste punkt wo es was gibt ist ja natürlich klar wie soll so einer schloss sei es geht ja nicht aus wir sind da unter wenn man wieder da her laufen oder wir können woher laufe oder wir können da her laufen ist alles scheiße gleich weit man aber wir laufen mal nach oben wahnsinn wir laufen da nach oben wenn ich schon wieder den hügel sein da kommt man schon wieder das kotze den kann ich dann auch mal noch fünf mal drum herum laufen um den dinger das spiel ist noch fertig und immer dann durch den fluss durch also wenn die durch den fluss durch kann dann ich hier das nächste ja natürlich so muss kinder durch nächsten jahr schon unterwegs wir können da irgendwo noch ein oder wenn ich dann laufen kann aber die kleinen sind die kleine die holung und zwar die gäbe xp und die ich habe gute xp glaube 80 80 xp so ein kleiner dinger da und da oben liegt auch ein paket mal die macheide raus soja als jetzt mache ich die hat man schon lange mit die kleine habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen vermisst und und das sollte daherkommen da habe ich sie alle vor allem hoffentlich zauber hat euch dessen weg 46 exp 70 78 70 oder 70 51 50 runde kommt wir sind ja gleich oder vor allem im bach läuft aber schon mal die kische und monster bach fuzzi jetzt ist es auch eine gruppe glück aber in dem spiel vergessen das mit dem glück super leid ist mir rauskutscht vergesse das bitte mit dem glück das ist also sehr rauskutschen ist gerade gar nicht was ich sag kann ich wie kann ich in verbindung mit dem spiel das wort glück benutze ja ist klar jetzt dass das ding jetzt da oben steht und jeder nicht muss kommen ja weißt du es leck mich doch schon wieder schon wieder gar keine lust mehr in die richtung zu laufen verlaufen dann über laufe oder den ganzen steile berg da hoch weil da oben liegt es bestimmt mit ihr los kleiner immer bei die xp machte weit läuft weit läuft so ist das noch da oben meines ist das sogar auf unserer seite ich sehe schon ah ja doch schlag 18 uhr live stream twitch eddie steht in der beschreibung doch stark 18 uhr live stream ohr in triceratops lockrufe was ist denn jetzt los das hat er auch noch nie bohgebäune wow äh wie benutzt ihr denn ich benutze ihn denn scheiße irgendjemand hat mir schon mal gesagt ich weiß es nicht mehr und zwar da hatte ich ein fernglas dabei da wusste ich nicht wie man das fernglas auflegt ja gut das halb so wild ich brauche jetzt eh keinen triceratops lockrufen bin froh wenn der korn durch so was haben wir hier noch aber nur shit schritt schrott hot shit so bekleidung ziehen wir mal noch handschuhe dass der brug keine wasserblase kriegt so ok wo gehen wir jetzt noch jetzt können wir wirklich dann übergehen dann auf den berg hoch so kommt dann das nächste paket und so werden wir auch tun und so farse giftige pflanze das war aber ein kurzes gebieter ok 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 jetzt muss ich aber doch mal kurz auf einander mit noch schauen wo das ist und zwar das ist hier oben da war ich schon richtig oder oh mein gott mein gott leidig wenn du das was ich sehe und da nicht hoch irgendwo muss es hoch auf der seite auf jeden fall schon mal nicht also muss es auf der anderen seite hoch gehen der logische schlussvolle wo aber wenn es da nicht hoch geht muss es auf der anderen seite hoch gehen weil irgendwo muss es hoch gehen ja sagt es bitte weil ich muss jetzt mit dem spiel muss ich so mir so psychologische sachen zurechtlegen damit ich immer wieder einen aussporn habe weiter zu gehen weiter zu laufen wissen damit ich hier nicht komplett in depression ausbrechen dem spiel muss ich mir immer wieder so schöne schöne dinge zurecht legen ja tier mäßig aber auch nicht viel los halt könnte man noch mal ein rudel von den ich leute vertragen oh ja da geht es hoch das ist schon mal ein gutes zeichen wenn es am hang bäume hat ich glaube das deutlich darauf hin dass man dann hoch laufen kann ich rutsche jetzt ich bin noch ganz so relaxed der zieht wieder schlechter davon band ich kann das hier soweit er lauf wrien gar nicht mehr weiter eigentlich auch comedy gemacht keinen scheiß man hier rutsch ich auch wieder runter hier rutsch ich auch ich rutsche nicht jetzt kofi machen wir jetzt kofi macht dann rutsch ich da ist krass dann geht es dann wieder arbeiten uns hoch irgendwas hat brummelt grad na ja guck mal sendet ist darüber den triceratops da ganz dadurch genau da ich komme doch hoch das immer schneller da als geplant anziehen es funktioniert mal was in dem spiel was ich mir vorne im moment 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 noch wir sind noch nicht da also donnerstag oben der hunter brummel livestream 18 uhr witch slash twitch.tv slash nos records das record leute leute wenn uns jetzt kein t-rex frisst oder ein utarretzer rapatapo ein utaraptor schauen wir in dem part sogar noch das finde ich mal sehr nice dann können wir eventuell noch mal im nächsten part mit equipment startet das wird auch einmal wieder was sensationelles oder aber moment wir freuen uns erst wenn wir dort sind und es kann noch viel basieren sehr viel sogar sehr viel kann sogar noch was cheer and cheer and cheer and cheer and ich selbst paketen hätte man und ich kann mir nicht vorstellen das ist hier in dem ganze gebiet wo wir ihn jetzt eigentlich ausreichend ist jetzt an dem next schriftekorde erscheinen unser paket le und ich hoffe dass es hier keine dinos gibt also das zeichen ist so das sind so patronen hülse das zeichen von dem lager wo wir jetzt noch gehen ich weiß nicht ob das was zu sagen hat aber wäre schon geil wenn es so patronen hülse sind dann könnte das doch vielleicht aus roher waffen station sei oder so vielleicht aber wir lassen sie überraschen ich glaube ich höre in 3 seratops ja das steht schräg vor uns aber ich kann jetzt nicht zudem gehen weil da muss ich doch ohne und ich jetzt nicht ohne bevor wir in dem paket sind weil ich habe konnte man kann ja wie ich anders zeige ja wie gar nicht falsch geschaut da waren wir doch schon mal wie es könnte das war doch sogar im letzten oder vorletzten part wo wo hier der masch stand den ich von unten gesehen habe und gesagt da gehen wir hin ein regenbogen waffen finden wir keine aber vielleicht einmal glüge finden in goldtopf bringen uns bloß nichts weil wir können die uns auch schlecht mit gold tot werfen ja da sind wir doch dabei und da müsste jetzt auch wieder ein t-rex rumrennen wechseln dann schreibt muss man noch mal in die kommentare wie die wieder wie der lockruf dinge oder funktioniert auf welchen sollte ich den leg irgendwie was das fernglas ich weiß ich falle ich falle wieder ich bin tot bis ich bei dem bin ich so stehe bitte warte mal warte mal warte mal immer mal sicher sonst habe ich nämlich wieder nicht geschafft bevor wir da sind ja lauf jetzt los was 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 hat drauf oder das zweite das wäre es ja Das war's. das ist das klasse schau mal den pfeiler der steckt doch genau er muss doch verrecke 9 treffer alles klar 286 xp der fehlfoto war man kein spiel fortsetzen er hat ja mal xp gemacht leute in einem port zieht euch das nein was mir heute xp gemacht in einem bar mindestens inheit mindestens 600 xp gemacht mindestens wenn sogar noch mehr jetzt überhaupt dann komplett ausrichtung und munition auf square und die fernrohr auch gleich immer ich will das wechsler so und natürlich coole brille muss man auch ziehen ok das hätten wir dann werden wir zum nächsten paket das liegt gleich hier so mit dem compound bogen rasch aus das hat er noch nie ein aus mit ihr ich wusste immer dass man die grüne ich will mal mit dem compound bogen schieße jetzt aber nur drei pfeile oh das ist schon mal gleich mal was ganz anderes ja nichtsdestotrotz es war ja jetzt mal wieder ein ganz guter pfeil eigentlich über 600 ep gemacht und ja ich bedanke mich für zuschauer hat rein bis zum nächsten mal tschau tschau 18 uhr donnerstag jetzt diesen donnerstag moment sage ich nur kurz datum ähm donnerstag am dritten neunte dritte neunte 18 uhr twitch kanal steht in der infobox tschau tschau dq z